da kostet die packung ungefähr vergleichbare menge 1 euro 50 1 euro 50 4 euro 50 bei uns sind wir einfach unverschämt oder wo kommen diese preisunterschiede her der punkt ist das hier ja diese dieses solide satte elastische stück fleisch es ist in wahrheit gar keine gar echtes fleisch das ist formfleisch hallo zusammen servus hier ist euer tierarzt dr gregor berg von dr berg tiernahrung ich glaube das richtige zu tun ist einfach aber nicht immer leicht stellt euch folgende situation vor ihr würdet in einem kleinen ort wohnen und da gibt es zwei bäckereien zwei bäckereien und der eine also der chef der einen bäckerei der behandelt seine angestellten ganz schlecht erschlägt die und lässt sie ganz lange arbeiten zwölf stunden am tag und ja zahlt ganz wenig lohn und der zweite chef der lässt seine waren seine angestellten gut müssen nicht so viel arbeiten kriegen mehr geld und werden ganz freundlich behandelt der knackpunkt ist in der ersten bäckerei kostet das brot nur die hälfte und in der zweiten eben den doppelten preis für welches brot würde wir euch entscheiden wo würdet ihr euer brot kaufen man stellt euch vor es ist ein artikel die näher im grunde jeden tag braucht ja ein lebensmittel und was würdet ihr tun ich glaube dass die frage für die meisten noch relativ einfach zu beantworten ist da wird er wahrscheinlich sagen hey das geht nicht wir können diesen ersten bäcker nicht unterstützen dass er weiter sein unwesen treibt und vielleicht macht er noch eine filiale auf ja und behandelt dann noch mehr leute schlecht das geht nicht auch wenn man dann in den sauren apfel beißen muss und eben den doppelten preis fürs brot bezahlt gehen wir mal davon aus dass die qualität der beiden brote annähernd gleich ist klar die also wenn wenn die angestellten geschlagen werden und einen hungerlohn bekommen dann werden die nicht so wahnsinnig motiviert sein extra tolles brot zu backen aber 50 prozent wird wahrscheinlich nicht ausmachen ich denke mal sind so nuancen das wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein tendenziell aber gehen wir mal davon aus dass es fast gleich ist von der qualität also das produkt am ende ist fast gleich fragt euch das selber mal beantwortet euch diese frage selber was würdet ihr tun und ich denke wie es eben schon gesagt habe dass die meisten hier relativ klar sehen was sie zu tun haben oder oder was sie tun würden wenn sie in der situation wären und sich für das brot der zweiten bäckerei entscheiden die in der die angestellten eben gut behandelt werden in meinen augen ist es nichts anderes mit staaten mit staaten und zwar mit solchen staaten die autoritär geführt werden also diktaturen im grunde genommen sind und mit solchen staaten sollten wir das ist meine persönliche meinung keinen handel treiben ja keinen handel treiben weil alles was wir was wir tun um diese regierungen ja um die geht es letzten endes weil stellt euch wieder diese beiden bäckereien vor niemand würde in der bäckerei 1 die angestellten dafür verantwortlich machen keiner würde sagen ich kann das brot nicht kaufen weil die angestellten so scheiße drauf sind nee das liegt am 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 chef oben an der regierung die ist das problem die regierung ist das problem nicht die menschen in dem staat wohnen und bei staaten ist es eben ganz genauso und ein staat bei dem das so ist und bei dem ich der meinung bin dass wir da die handelsbeziehungen stark einschränken sollten sofort und auf lange sicht gar kein handel mehr treiben ist china china das hat nichts und das ist die fg an die rassisten unter euch da draußen raus nichts zu tun mit den chinesen oder mit der chinesischen kultur das ist alles das kann man alles anerkennen und und respektieren und wertschätzen auch damit hat es überhaupt nichts zu tun ja natürlich haben menschen in dem land auch immer einen gewissen einfluss auf ihre regierung und können die unter umständen auch stürzen mal aber ich glaube es ist nicht so einfach wie es manchmal von außen scheint wenn man erstmal in diese sackgasse geraten ist in diesem gefängnis drin steckt wenn der staat so allmächtig geworden ist dann sagt sich das leicht ja lehn dich doch dagegen auf aber wenn deine familie versteppt wird wenn du bedroht wirst wenn du einfach ins gefängnis gesteckt wird und nicht mehr rauskommst wenn du aufgrund eines glaubens in irgendwelchen lager gesteckt wirst dann ist es nicht so einfach sich dagegen aufzulegen das kann man muss man sehr vorsichtig tun das glaube ich also ich habe da große ja großen respekt vor wenn menschen sich dagegen noch stellen das ist nicht so einfach glaube ich aber wir die wir in einem freien land leben wir können durch unsere handlung einfluss nehmen wir können euch unsere handlung auf einfluss nehmen das ist ein wichtiger punkt der oft vergessen wird ich glaube sogar dass viele von euch da draußen dazu stimmen würden es gibt ja leute die da nicht zustimmen zum beispiel unser bundeskanzler ja kann ich überhaupt nicht nachvollziehen was 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 da los ist hier der fliegt jetzt nach china mit einer wirtschaftsdelegation unglaublich ein unglaublicher fehler auch in meinen augen ganzen falsches signal weil die usa und da bin ich absolut der meinung sagen china ist ein systemischer rivale und genau so ist es das ist kein land mit dem man sich auf augenhöhe frei austauschen kann die stecken leute in lager ja die die verräumen einfach leute die die gegen die ideen der regierung sind die irgendwie was sagen was denen nicht gefällt die zensieren das internet zensieren generell die medien das ist einfach das muss man sich mal vorstellen in russland ist übrigens genau das gleiche das sind alles länder mit denen wir nicht arbeiten dürfen stellt euch eben diese bäckereien vor es ist nichts anderes es ist nichts anderes aber noch mal was ein wichtiger punkt ist damit wird auch rassisten tür und tor geöffnet mit den menschen in china in russland auch hat das nichts zu tun oder nur marginal nur marginal die menschen sind nicht schlecht sondern diese systeme und die regierung sind schlecht das geht gar nicht und das darf man nicht unterstützen die menschen sehr wohl das aber nur noch mal um das klar ganz klar zu stellen jetzt habe ich eben gesagt ich glaube dass da viele auch noch mit einverstanden werden aber in der praktischen umsetzung das meinte ich vorhin mit es ist einfach einfach weil es einfach zu erkennen ist was das richtige ist aber schwer in der umsetzung und da gibt es ein konkretes beispiel von gestern was ich erlebt habe und wo mir das ganze noch mal so bewusst geworden ist und zwar sind wir als umgezogen und wir haben brauchen jetzt so ein elektro ameisenstapler also so ein handgerät wo man irgendwie paletten staplern kann in so hochregale und so weiter und da brauchen jetzt eben so ein teil und da habe ich gestern mit einer deutschen firma telefoniert die solche geräte herstellen und habe dem gesagt hey dazu dass und das in unserer anforderung das brauchen wir die höhe und die last muss getragen werden und so weiter und dann kam am schluss zum gerät raus ich sage jetzt einfach mal eine hausnummer 12.000 euro 12.000 euro kostet das teil und stattlicher preis und dann sagt er so ja das ist ein wirklich ein sehr sehr gutes gerät ausgelegt für wirklich den täglichen dauergebrauch also sieben acht stunden jeden tag sage ich das ist so viel brauchen wir das ding gar nicht sagte okay wie oft braucht ihr das ja wenn man es jetzt so mittelt vielleicht eine stunde am tag wäre so eine stunde das ist natürlich absolut überdimensioniert muss es denn unbedingt unsere kernmarke sein wir hätten da auch noch so eine eigenmarke und da sage ich okay was ist und dann zeigt er mir das gerät sagt er gehen sie mal gerade ins netz und schauen mal daran habe ich dann gemacht und wie bei den broten voll mit der bäckerei gehen wir mal davon aus dass die qualität annähernd identisch ist hat gesagt ja das ist also die anforderungen sind gleich dazu das andere gerät hat sogar ein bisschen mehr noch getragen anforderungen sind gleich er sagt das ist ein ja klar so ein bisschen die verschleißteile dichtung und so weiter weil es ist nicht so für diesen dauergebrauch sondern eher so für anstatt für sieben acht stunden eher für drei vier stunden am tag was immer noch völlig ausreichend ist für unsere anforderungen ausgelegt und da sagt er das ist dann nicht ganz so gut aber unterm strich sind es vielleicht 92 prozent der qualität die du beim anderen gerät hast also immer noch ordentlich und absolut ausreichend und dann sagt er der hauptunterschied ist eigentlich das gerät nummer eins ist für 12.000 euro das bauen wir hier in deutschland zusammen so oder sage ich okay und das zweite ja das zweite in unserem werk in china so und aber hat dann gleich gedacht weil er dachte irgendwie so dass die qualität auf die qualität dann irgendwie abziele sagt er aber da sind aber ingenieure von uns da unten und schauen sich das alles an überwachen das machen qualitätssicherung und so weiter und dann sage ich stopp das ist überhaupt nicht der punkt überhaupt nicht der punkt das glaube ich ich glaube dass die geräte auch funktionieren und jetzt kommt noch was dann sagt er mir den preis 4000 euro 4000 euro 12.000 euro ein drittel wirklich ein drittel für das für ein fast identisches gerät und da musste ich echt schlucken und dann sagte also das ist völlig ausreichend für das was sie brauchen und dann sage ich ja das glaube ich glaube ihnen dass das dass die qualität da auch stimmt und es ist gut ja überwacht wird aber das können wir nicht machen okay warum sage ich und habe gesagt genau das was ich gerade gesagt habe ich bin der meinung dass wir mit autoritären ländern keinen handel treiben dürfen wir dürfen diese diese regierungen diese regime die dort installiert sind nicht unterstützen die machen keine guten sachen die nehmen die nehmen das geld was sie was sie verdienen um sich irgendwelche länder einzuverleiben oder irgendwelche länder anzugreifen das punkt das geht nicht das können wir nicht unterstützen können wir nicht machen und dann sagt er wow respekt vor der vor der haltung hat das sind nicht so viele das machen deswegen vielleicht auch so ein teilung dass ich euch mal ja das erlebnis von gestern sagen will das ihr vielleicht auch mal ins nachdenken kommt da habe ich ganz konkret gemerkt 12.000 euro und 4000 euro wir sind ein kleines unternehmen wir haben kein geld zu verschenken haben kein geld zu verschenken und abgesehen davon ist es ein gerät das überhaupt nichts mit der qualität unserer ware zu tun hätte das würdet ihr überhaupt nicht merken wenn wir im lager mit dem einen und mit dem anderen gerät rumfahren das merkt ihr überhaupt nicht aber darum geht es nicht es geht nicht darum es geht um unsere werte es geht um ja es geht darum konsequent das zu leben und das umzusetzen was wir für richtig halten und wenn ich sage wir dürfen mit solchen ländern keinen handel treiben dann heißt es selbstverständlich dass wir eben bäckerei das teure brot kaufen müssen auch wenn es in dem fall dreimal teurer ist und das günstigere absolut ausreichend wäre es geht einfach nicht wir können es nicht machen wie gesagt das ist was was die qualität unserer produkte und unserer beratung zum beispiel auch überhaupt nicht beeinflussen würde aber selbst dort können wir das nicht machen weil es was mit uns macht es macht was mit uns es weicht das auf wofür wir stehen ja und dann da wird ein bisschen bröckelt ein bisschen weg und hier war ich ein bisschen was auf und am ende erkennt man sich vielleicht selber nicht mehr wieder und das deswegen werden wir genau das tun ich habe mit allen darüber gesprochen mit meiner frau darüber gesprochen mit mit allen angestellten habe genau das erzählt sage ich dass das so dass die situation aber ich denke wir können das nicht machen und da waren alle sofort einer meinung wir müssen eben das geld ausgeben ja auch wenn wir gerne weniger geld ausgeben würde aber es geht nicht anders wir können müssen uns da selber auch treu bleiben das ist ein wichtiger punkt weil oft höre ich und das ist natürlich auch zum ganz großen teil richtig ja wir können uns da gar nicht entziehen ja alles kommt aus china das kommt aus china das kommt aus china und so weiter wir können ja das stimmt ganz oft können wir eben da gar nicht aus wir können nicht anders als produkte zu kaufen in denen auch ganz viel arbeit aus china steckt ja und damit unterstützen wir auch dieses system aber manchmal eben schon und in dem fall ist es doch ganz eindeutig und ganz einfach ist es ganz einfach natürlich dürfen wir das nicht machen was es schwer macht und ja uns schlucken lässt ist wow wir müssen so viel mehr geld dafür ausgeben das ist die eine sache die also eine die ich gestern selber erlebt habe und wo ich selber das gefühl gemerkt habe wow das bedeutet es also konsequent zu leben und dann ist mir noch eine sache eingefallen die was mit tierfutter zu tun hat und dahin oder andere von euch wird sich für tierfütterung interessieren deswegen schaut er ja zu und zwar haben wir eine gefriergetrocknete hühnerbrost als katzenleckerli hunde fressen es auch zum teil aber so für katzen und ich habe jetzt mal hier eine mitgebracht weiß ich ob ihr das erkennen könnt da sieht man so die die struktur die faser struktur und es ist so faser fleischstruktur sieht man da und jetzt schaut mal her was passiert wenn ich jetzt dazu fest hin greift es bröselt es bröselt und es passiert auch wir haben es in so döschen ja wenn man es in beutel machen würde wird einmal drauf fahren wir das ding komplett zerbröselt aber auch da wenn es wenn es während des transports oder wenn wir das verschicken dann dann schlackert das manchmal so gegeneinander und dann gibt es so abrieb überhaupt nicht schlimm das liegt dann unten in der dose rum viele nutzen das um das über ein futter zu streuen was die katze unbedingt fressen muss aber nicht frisst ohne eben diese bröselchen drüber weil es halt sehr lecker ist wohl das ist unser produkt und es kostet 4 euro 50 4 euro 50 und hat so eine bröselige faser struktur zu denken ja wenn ich schon so viel geld ausgebe 4 euro 50 dann möchte ich auch wenigstens ein anständiges stück fleisch bekommen bekommt ihr das ist ein stück deutsches deutsche hühnerbrust in deutschland gefriert getrocknet das so sieht das aus und dann habe ich keine kosten und mühen gescheut und bin vorhin noch in der eigenbeschreibung nach fachhandel gewesen ja er ist groß und weit verbreitet in deutschland und habt ein anderes produkt gekauft ja ein vergleichbares produkt mengenmäßig ist da genauso viel drin wie bei uns ja also vergleichbar viel und jetzt schaut mal her das ist so ein würfelchen das geht jetzt nicht um die größe ist sehr viel kleiner ja das ist so ein würfelchen das da drin ist und schaut her wenn ich da jetzt drücke da bröselt nichts seht ihr das ist ganz elastisch er ist elastisch ja es bröselt nichts und man sieht auch keine keine faser struktur es ist nicht so wabig wie das andere nicht so fragil sondern solide und solides stück fleisch da kost die packung ungefähr vergleichbare menge 1 euro 50 1 euro 50 4 euro 50 bei uns sind wir einfach unverschämt oder wo kommen diese preisunterschiede her der punkt ist dass hier ja diese dieses solide satte elastische stück fleisch das ist in wahrheit gar keine gar kein echtes fleisch das ist formfleisch das ist formfleisch das sind tierteile fleischteile wenn da auch dabei sein die in der form gepresst werden und dann getrocknet und dann kommt dann so ein solides stück fleisch bei raus ist bröselt nicht ja ist aber einfach kein echtes fleisch das ist der erste punkt ja das ist der erste punkt und der zweite punkt ist jetzt steht auf der verpackung drauf importiert in die schweiz habe ich auch schon gelesen importiert nach deutschland von doppelpunkt und besteht irgendein unternehmen drauf das steht also nicht made in sondern importiert nach oder in die damit wird verschleiert woher es wirklich kommt und was meint ihr woher es kommt aus china aus china und woher weiß ich das ich weiß es deswegen weil wir zig mails bekommen jeden monat wo uns irgendwelches zeug angeboten wird sehr sehr günstig glaube ich zumindest wir gucken da nicht rein in die mails aber sehr sehr günstig natürlich denken wir noch nicht mal darüber nach ja also so was ins sortiment aufzunehmen aber so was ist auf dem deutschen markt ja und wird dann so verschleiert so muss man es nennen ja also ich finde das ist genau das treffende wort dass das im grunde form fleisch aus china ist so dafür kostet aber auch nur 1,50 euro und diese vermeintliche mindere qualität unseres fleisch zum beispiel also hat es noch keiner gesagt aber ich glaube ab und zu kann man eine frage jedes bröselt immer so ja das passiert halt wenn man dem fleisch das wasser entzieht und ist dadurch trocken trocken wird und im vakuum eben also gefrier getrocknet und dann ist es halt so bröselig und fragil tut der qualität überhaupt keinen abbruch ganz im gegenteil es ist einfach sehr sehr schmackhaft und das andere ist einfach ein solides stück irgendwas von irgendwo her und das macht den preisunterschied aus und auch da muss man sich fragen wofür entscheide ich mich jetzt ja kaufe ich mir lieber zehn packungen von dem einen oder zwei von dem anderen beziehungsweise erst dann fünf zu zwei so ungefähr das muss sich jeder selber fragen und das video heute soll dazu da sein dass ihr einfach mal ins nachdenken kommt so wie ich gestern noch mal ins nachdenken gekommen bin ich mache mir natürlich ganz viele gedanken über solche themen immer wieder wir haben eine verantwortung als unternehmer als menschen auch als konsumenten jeder hat von uns eine verantwortung und verantwortung wahrnehmen heißt genau das am ende das richtige tun das richtige tun und gerade dann wenn es einen auch selber trifft und wenn es einem auch selber wehtut wie gesagt wir haben nichts zu verschenken wir wir müssen kalkulieren und wir kalkulieren faire preise für unsere produkte und die müssen wir aber auch nehmen diese preise müssen wir auch nehmen euch ist sicher schon aufgefallen wir geben keine rabatte halloween special oder weihnachts rabatt und bla 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 machen wir alles nicht warum weil die preise seriös kalkuliert sind ja wir sind fair und damit gewährleisten wir dass wir eben auch am ende so eine entscheidung treffen können wie es jetzt gerade mit dem stapler gesagt haben das sind sachen die ihr nicht sehen würdet aber die uns wichtig sind und ihr könnt uns unterstützen dabei ja oder wir können uns alle gegenseitig unterstützen indem wir diese sachen einfach uns bewusst machen und dann auch in kauf nehmen und sagen ja ich kaufe bei dem einen bäcker weil der so mit seinen leuten umgeht und dann machen wir alle zusammen stück für stück die welt ein bisschen besser und da ist nämlich doch unsere einflussmöglichkeit und ein kleiner hebel zwar aber wenn wir das wenn wir viele sind dann hebeln wir auch was aus den hangeln das ist mein punkt wenn ich mit euch heute teilen wollte wenn ihr produkt also ich habe es wirklich selten gehört dass einem unser futter zu teuer ist aber es gibt sicher einige von euch die vielleicht sagen ja ich finde das futter schon ganz okay von denen aber es ist mir einfach zu teuer das kann ich wirklich verstehen das kann ich verstehen aber es dient dazu dass wir gute entscheidungen auch umsetzen können würden wir sowieso nicht anders machen aber deswegen kalkulieren wir die preise so dass wir davon vernünftige arbeit machen können aber wir werden diese verantwortung oder diesen auftrag den ihr uns dadurch gebt dass ihr uns unterstützt und oder zum beispiel indem er unsere produkte kauft auch gerecht setzt ist auch wirklich so um das war es für heute ja denkt man ein bisschen drüber nach über diese stapler geschichte über die bäckerei und auch über das formfleisch beziehungsweise über die hühnerbrust die einfach so aus dem stück geschnitten wurde was da die unterschiede sind und dann müsst ihr euch fragen was euch die werte die dahinter stehen wert sind wir sehen uns nächste woche zu einem neuen video alles gute für euch und eure tiere euer tierarzt dr gregor berg von dr berg tiernahrung servus ciao